Aber krass, ne, dass die Last gar nicht so hoch ist. Kommt mir das doch echt gut bestückt hier bei dir alles vor. Gut bestückt. Maschine. Danke, Leute. Wartet, wartet. Wenn's cringe ist, dann richtig. Zum Strand geht's da lang. Oh Gott. Jetzt wird erstmal geschickt. Jetzt wird erstmal geschickt. Gewischt. Oh mein Gott. Oh, nein, ist er. Oh Gott, nein, ist er. Bitte kein... Ich hätte die ganze Zeit von kleinen Vögeln angegriffen. Ich wollte nicht Vögel sagen. Ich hab's im Kopf und ich wollte es dann einfach aussprechen. Von was werde ich angegriffen? Von kleinen... Von kleinen... Ah, nein, guck mal. Wenn ich jetzt hier lang gehe... So rum... Dann ist das doch der Ausgang, oder? Ich war ja eine Katze. Ich drück mich überall durch. Durch jedes Loch. Durch jede kleine Öffnung. Ich hab's schon wieder verloren. Das gibt's auch nicht. Einfach runtergefallen. Wie lange hält dieses Feuerzeug... Ich schreib euch auf meine Liste, Alter. Ich schreib euch alle auf meine Liste, die hier irgendwelche Sounds reinhauen. Okay, ich geh eine Leiter hoch. Äh, eine Treppe. Oh mein Gott. Es ist einfach ein fucking Schiff, glaub ich, worauf ich bin. Es fühlt sich auf jeden Fall sehr danach... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du so beschissener Stuhl. Geh da jetzt hin. Ja, ich versuch's, aber er will nicht. Wisst ihr, so ist es beim Familienessen bei mir auch immer. Ich muss auch immer erstmal diesen riesigen Stuhl da ran schieben. Oh, what the fuck, girl. Wir können hier nicht nach fünf Minuten schon komplett abkacken. Bisschen rumflexen. Oh, da... Okay, ein Hut. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Da war ein Loch. Ich lebe. Oh, scheiße. Das ist... Das ist... Oh mein Gott, brenne ich gleich? Ah! 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 Es killt mich gerade instant. Warum? Ah! Ah! Mann, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg! Komm schon! Komm schon! Hä? Nein! Ich komme nicht durch! Oh mein Gott! Geh auf! Geh auf! Geh auf! Renn! 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 Oh mein Gott! Was war's für ein Geräusch? Was war's für ein Geräusch? Renn! Renn! Oh mein Gott! Was war's für ein Geräusch? Was war's für ein Geräusch? Was war das für ein Geräusch? Ich weiß es nicht. Einfach lieb seid ihr. Oh, warum geht das zu? Warum geht das zu? Warum geht das zu? Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Das war mein Schatten. Das war mein Schatten. Das war mein Schatten. Das war mein Schatten. Oh, das war mein eigener Schatten. Oh mein Gott, ich höre Geräusche. Ich höre Geräusche. Versteck dich. Wo? 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist nicht mein Baby. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das bewegt sich. Ist ja ekelhaft. Ist ja ekelhaft. Bleibt da, wo ihr seid. Ihr kackt Babys. Oh, das ist mein Schatten. Das ist mein Schatten. Das ist einfach nur mein Schatten. Das ist einfach nur mein Schatten. Alter, mir ist so heiß. Mir ist so heiß. Nani. Nani. Okay, Leute. Kannst kurz durchatmen. Ganz kurz durchatmen, okay? Wow. Fuck my life. Entschuldigung. Ach, ist ja ab 18. Scheiß drauf. Oh mein Gott. Ist in Ordnung. Mach doch noch einen lauteren Soundeffekt da rein, damit wir uns alle gut erschrecken können. War das lebender Kot? Ey, ohne Spaß. Du hast recht. Das sieht wirklich aus wie ein lebender Kot einfach. Instant. Instant. Sehe ich. Das sehe ich. Wirklich. Jetzt laufen wir nochmal schnell von dem lebenden Kot weg. Oh mein Gott. Nein, der Kot hat mich. Der Kot hat mich. Ich bin tot. Was ist das? Mach die Funzel an. Oh. Fuck. Fuck. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was passiert denn jetzt? Fuck. Fuck. Oh. Oh mein Gott. Okay, krass. Hier wird man erstmal wieder schön in die Luft gepa... Gepatilisiert. Was? Kapatilisiert. Nein, kaputa... Kapu... Kapat... Katapult. Katapuli... Katapult. Ein Kat... Kap... Little Fig. Geiler Flatscreen. Boden. Boden. Oh mein Gott. Der Fernse ist angegangen. Hör auf zu knistern. Oh mein Gott. Du musst doch jetzt keine Chips essen. Kann mir die Augen... Oh nein. Ein rotes Licht. Oh, Bilder. Ah, fuck. Okay, kann ich hier irgendwie... Ich muss ja irgendwie an ihn vorbei, ne? Ah, nein. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. 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 Oh mein Herz, Alter. Das war nicht cool, ey. Oh, Lady Night, bist du gar nicht so gruselig? Das ist nur düster. Wollt ihr mich verarschen? Was war er dann düster? Junge, der hat mich einmal gekippt, ne? Der Arsch. Der hat mich gefangen wie eine Ratte. Der Pischer. Fuck. Fuck. Oh mein Gott. Natürlich kommt der jetzt da durch. Natürlich. Einwürfelt sich in die Tür. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was soll ich denn tun? Was soll ich denn tun? Scheiße, scheiße, scheiße. Nenn den Schuh. Nenn den Schuh. Geh weg. Nein. Nein. Bitte isst mich nicht. Bitte isst mich nicht. Geh doch in irgendeine Ecke. Geh doch in irgendeine Ecke, Kind. Oh mein Gott. Er schnüffelt. Er schnüffelt mich. Er schnüffelt mich. Katap... Kapapu... Ich weiß es nicht. Katapult. Kapitalistie. Leute. Ich kann langsam nicht mehr. Katapult. Warte. Und im Katapult? Katap... Ihr werdet da hochgeschubst. Meine Güte. равn. P800. canopyorar. Diese WT1. Musikanein.